Die Hüter haben den Wassertalisman in geheimen Katakomben tief unter der Stadt versteckt. Der Kartenach befindet sich der Talisman in einem Schrein in der untersten Höhle. Aus einigen Giftspinnen erwarten mich dort unten eigentlich keine besonderen Gefahren. Andererseits enthält die Karte diese seltsame Anmerkung. Stelle dich nicht gegen uns, damit du nicht den Stachel fühlst, der die Ignoranz umgibt. Das heißt, du versetzt wohl, hey Kumpel, hier ist alles voller Fallen. Einer meiner Informanten, Giri, hat sich hier unten in den Katakomben häuslich eingerichtet, nachdem er seinen Job am Kartenschalter der Oper ganz in der Nähe verloren hat. Ich denke, er kennt die Katakomben wie kein anderer. Ich werde ihm deshalb einen Besuch abstatten. Vielleicht hat er ja einige Informationen für mich. Die Katakomben Die Katakomben